Ja, hi Leute. Heute mal aus dem Bastelkeller. Sieht ein bisschen wild aus, bitte nicht so genau hingucken. Aber das, was ich euch gleich erzähle, was der Walter Bettnartz ins Leben gerufen hat, das lohnt sich dran zu bleiben. Bis gleich. Ja, ich will mich auch gar nicht so lange aufhalten mit irgendwelchen Reden. Also ich möchte euch von einer tollen Aktion erzählen, die der Walter ins Leben gerufen hat. Der Walter Bettnartz aus Bayern, Walter. Schöne Grüße auf diesem Wege. Tolle Aktion. Wir hatten ja schon geschrieben drüber. Der Walter hat die Idee gehabt, wie ich in dem Video vorher schon sagte, auf einem riesen Flugtag mal so eine Art F3K Demonstration zu machen. Also ein paar Piloten, die sich finden und dann mal unseren wunderbaren Sport präsentieren. Und deswegen hier mein Aufruf an euch. Wir haben die Möglichkeit, wir haben ein Zeitfenster bekommen vom Veranstalter des Horizon Air Meet in Ganderkingen. Findet in zwei Wochen statt. Riesenshow, da kommen tausende von Leuten. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mit Walter Bettnartz in Kontakt tretet, wenn das zum Beispiel über… Jetzt sieht man hier diese scheiß Lampe, die ich ins Lüchter… Ich muss auch mal… Scheiße. Ja, Leute, wirklich eine riesen Aktion, die der Walter da ins Leben holt. Wir haben die einmalige Möglichkeit, hier unsere… Hade-Darte… Rappante… So. Ich versuche es jetzt nochmal. Ist ja auch schon spät. Ich muss ja auch gleich ins Bett. Eine riesen Aktion, die der Walter ins Leben holt. Wir haben auf dem Horizon Air Meet in Ganderkingen die einmalige Möglichkeit, unseren Sport, die F3K-Fliegerei oder DLG-Fliegerei, je nachdem wie wir es nennen wollen, zu präsentieren. Das finde ich total klasse. Der Walter sucht Händeringen, so fünf, sechs, sieben Piloten, die da Bock drauf haben. Das ist am Wochenende, müsste sein 18, 19, 20. In Ganderkingen, wie gesagt, auf dem Horizon Air Meet. Eine einmalige Gelegenheit, vor tausenden von Leuten einmal zu zeigen, was es heißt, einen Schmeißgeier in den Lift zu schmeißen. Ich würde mich riesig freuen, wenn sich Piloten finden, vielleicht auch aus der Gegend in Bayern oder auch andere, die sich berufen fühlen, da mal hinzufahren. Guckt bitte auf die Homepage vom Horizon Air Meet, damit ihr genau wisst, wo das ist. Ein Ganderkingen, riesen Flugtag, wirklich. Ich wäre auch gerne dabei gewesen, aber ich bin leider verhindert an dem Tag, sonst hätte ich auch was gefilmt. Das ist eine ganz tolle Gelegenheit, einmal auf so einem großen Flugtag zu zeigen, was es heißt, einen Schmeißgeier in die Luft zu bringen. Wie gesagt, tretet in Verbindung mit Walter Bettnartz. Ich würde mich riesig freuen. Der hat sich da echt reingekniet und hat mit dem Veranstalter gesprochen. Ganz tolle Nummer. Wie gesagt, der Walter ist zu erreichen und der RC Network unter dem Benutzernamen WBLT. Ansonsten könnt ihr euch auch bei mir melden. Wenn Haylen1970 ist mein Benutzername, ich würde das dann an Walter weiterleiten. Also wie gesagt, Walter, Initiator dieser Aktion. Lass ihn nicht im Stich. Lass die F3K-Fliegerei nicht hängen. Das ist so eine riesige Gelegenheit. Verdammte Axt, ich wäre so gerne dabei. Okay, Leute, ab nach Gundaking, fliegen und die Leute werden sich sicherlich freuen, dass ihr da gewesen seid. Da könnt ihr noch von deinen Enkeln erzählen, nicht? Wie Blood «Vandakadakch», nehmen die erschwerten 뒤 und die Leute bei mir das Endeffektor aus youtube. Und ihr habt euch auch bei dir, wie geht es? Na dann 기다�iere. Wobei ich ran, wo meine Anwalt. Und ihr habt mich glaube ich, wenn ihr da war. Und macht den Anwalt. Und noch habe ich noch bei euch? Und wird es? Der es nicht so lange oder nicht? Hochzeit Nee,OP Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Haut rein Leute, gute Nacht und meldet euch bei Walter oder bei mir. Bis dann, ciao.